Ich bin Jonas Dinger, ich bin Geschäftsführer des Social Impact Awards. Der Social Impact Award ist eine internationale NGO und wir versuchen junge Menschen davon zu begeistern und zu befähigen, soziale und ökologische Projekte und Sozialunternehmen zu gründen, zu starten und dann im Idealfall natürlich auch erfolgreich umzusetzen. Wir machen das auf insgesamt knapp 20 Ländern und zwei Kontinenten mit unserer Basis und dem Hauptquartier quasi in Wien. Ich glaube, es sind gar nicht so viele einzelne Themen, sondern ich glaube, das ist im Endeffekt eine ganz, ganz große Frage. Wir sind, und davon bin ich sehr fest davon überzeugt, wir stehen so vielen multiplen Krisen gleichzeitig gegenüber, die so grundlegend sind, dass, glaube ich, die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft miteinander leben, miteinander arbeiten, wie wir wohnen, wie wir miteinander umgehen, sich grundlegend verändert und verändern muss. Und wir sind da, glaube ich, gerade in einem ganz, ganz großen Umbruchsprozess und man fühlt und spürt das an allen Ecken und Enden. Es ist oft nicht so ganz greifbar, aber es bewegt sich was. Und ich glaube auch, es ist halt noch nicht ganz klar, in welche Richtung das tatsächlich auch geht. Aber ich glaube, es zeigt sich in der Zivilgesellschaft, es finden sich schon ganz, ganz viele Ansätze, Lösungsansätze, kleine Utopien, die aufzeigen, wie sowas machbar und lebbar sein kann. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz große Aufgabe und Herausforderung der Zukunft, diese Dinge zu ermöglichen, dass davon noch viel, viel, viel mehr kommt auf allen unterschiedlichen Ebenen und dann zu schauen, wie wir als Gesellschaft das gesamt umsetzen können und vergrößern können. Welches sind Ihrer Einschätzung nach die wichtigsten Herausforderungen für Wien? Ja, ich glaube, eine Stadt ist immer ein Brennpunkt von diesen großen, ganz, ganz großen gesellschaftlichen Fragen. Hier manifestiert sich so ein bisschen, wie kann denn das ganz konkret ausschauen? Wie können wir miteinander, wie können wir leben und wohnen? Wie können wir leistbaren Wohnraum schaffen, ohne Stadtautobahnen zu bauen und gut erreichbar zu sein? Wie können wir uns ernähren? Und auch hier, glaube ich, zeigt sich schon ganz, ganz viel. Wien ist eine hervorragende Ausgangsposition eigentlich, glaube ich. Es gibt super viele Initiativen, wie wir uns ernähren können, gemeinschaftlich zusammengeschlossen in Grätzeln, in Bezirken, direkt mit den Lebensmittelproduzentinnen gemeinsam dort etwas zu schaffen und so ein bisschen aufzeigen zu können. Es ist möglich, sich zu ernähren langfristig auf eine Art und Weise, die für die Menschen da ist, die für die Menschen gut ist und die aber auch für die Umwelt da ist und gut ist. Und dann Ernährung, Wohnen, Mobilität, glaube ich, sind so ganz, ganz große Stichwörter. Ein weiteres Riesenstichwort, glaube ich, ist Platz. Der Platz in Wien ist enorm gering und der Platz muss auch gerecht verteilt werden. Es gibt nicht wahnsinnig viel Grünraum und wenn, dann ist der Grünraum oft mal nicht sehr gleichmäßig verteilt. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz große Herausforderung für Wien. Wie schaffen wir es, dass auch für schwache Menschen der Platz, der da ist, zugänglich ist? Also für Kinder, für ältere Menschen, für Seniorinnen. Wie können wir es schaffen, dass es hier mit guter Qualität Platz und Raum für alle gibt? Und dann, glaube ich, ist auch noch eine ganz große Herausforderung, wie schaffen wir eine tatsächliche Teilhabe von allen Menschen, die in Wien wohnen? Und das geht über ganz viele Ebenen hinweg, glaube ich. Also zum einen formelle Teilhabe, Stichwort Wahlrecht. Ganz, ganz viele Menschen, die in Wien wohnen, dürfen nicht wählen und sich nicht so an der Gesellschaft und an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen beteiligen. Aber ich glaube, das geht auch noch viel, viel tiefere Sachen rein. Wie können wir es schaffen, in Grätzeln Menschen zu ermöglichen, ihre Ideen einzubringen? Wie sie das Grätzle gestalten möchten, wie sie miteinander leben möchten, was für Bedürfnisse sie haben. Das zieht sich, glaube ich, überall hin und überall durch. Und das, glaube ich, sind so ein bisschen die großen Herausforderungen in Wien. Welche Fragen sollten am dringendsten beantwortet werden? Also es ist auch sehr schwer, das durchzupriorisieren, muss ich sagen, weil ich glaube auch nicht, dass sich das gegenseitig ausschließt. Also man kann durchaus auch all diese Punkte parallel und gleichzeitig angehen. Aber es gibt schon ein paar Dinge, die sehr, sehr drängend sind. Also das Thema Platz und wie Platz verteilt ist, wie wir uns in der Stadt bewegen, der Verkehr und Mobilität ist, glaube ich, ein Riesenthema, wo es sehr, sehr viele Konflikte gibt. Stichwort Stadtautobahn, Lobautunnel, aber auch in unterschiedlichen Bezirken, Fahrradstreifen, Fahrradwege, keine Fahrradwege, wie viel Platz ist zum Gehen da und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Themen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr brennendes Thema, das alle Menschen betrifft, weil jede Person bewegt sich. Und damit hat man automatisch damit einen Bezug. Und das andere Thema, das, glaube ich, auch sehr, sehr drängend ist, ist Wohnen und Wohnraum. Wie kann man es schaffen, dass Wohnungen leistbar bleiben? Ich glaube, gerade in den letzten paar Monaten und Jahren hat sich da in Wien der Druck enorm verstärkt. Und wie kann das gewährleistet sein, dass Wien trotzdem noch so ein bisschen so bleibt, wie es ist, dass Wien tatsächlich auch anders bleibt, dass es bunt bleibt, dass Leute hier leben können, und dafür muss, dass man hier sich leisten kann, leben zu können, ohne reich zu sein. Und wie schaut denn das auch aus? Also was ist für ein Wohnraum, ist es, was für eine Anbindung hat man da? Das heißt, einerseits öffentlich, aber auch, dass in der Umgebung Geschäfte des täglichen Bedarfs zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Arbeitsplatz in der Nähe ist, genau. Und im Sinne eines positiven Ausblicks und zur Inspiration für uns alle, würden wir gerne wissen, wie sieht das Wien Ihrer Träume aus? Ja, das Wien meiner Träume, für mich ist das immer so ein bisschen, ich stelle mir das vor, wie so ein Tag startet. Man wacht auf, man geht das, oder ich ganz persönlich, gehe aus meinem Haus raus. Das Erste, was ich habe, ist, es sind Bäume in der Nähe, es sind andere Menschen auf der Straße, der öffentliche Raum wird genutzt, es sind spielende Kinder, die ich sehe, ich kann zu Fuß, zu wo auch immer ich hingehe, gehen, sehr auf dem Weg, vielleicht ein Café mit Sesseln und Tischen, draußen auch im öffentlichen Raum, es ist lebendig, es ist bunt, also auch das, glaube ich, ist ganz wichtig für das Wien meiner Träume, dass es nicht ein sehr, sehr einseitiges Stadtbild und Lebensbild ist. Ich kann auf dem Weg mir irgendwo einen Café vielleicht holen, ich kann in ein Geschäft gehen, wo ich einen Grätzlkreisler, wo ich irgendwie verschiedene Lebensmittel hole, die aus der Umgebung oder vielleicht sogar aus Wien tatsächlich direkt kommen. Ich kann in einen Laden gehen, wo ich mir eine Leiter ausleihe, weil ich heute am Nachmittag meine Glühbirne wechseln möchte und Ähnliches. Und ja, das ist so ein bisschen das Wien meiner Träume. Dafür brauche ich, habe ich ganz, ganz viel Kontakt mit anderen Menschen. Es ist viel Platz da, sich zu bewegen, zu leben und das Ganze im Idealfall im Einklang mit einer sauberen Luft, wenig Lärm und in dem wunderschönen Wien, so wie es jetzt ist.